Was denken Sie, wie viel Brot und Gebäck Sie im Laufe eines Jahres zu sich nehmen? Sicherlich keine unerhebliche Menge und deshalb ist es auch wichtig, auf Qualität im Brotkörper zu achten. Wir von der Bäckerei Necker wissen, wie wichtig gesunde Ernährung ist und bieten deshalb zahlreiche Bioprodukte wie zum Beispiel Schwarzbrot, Spezialbrote und dunkles Gebäck in unserem Sortiment an. Qualität ist aber auch bei unseren hausgemachten Torten und Konditoreiwaren oberstes Gebot und es freut uns immer wieder, wenn wir anhand Ihrer Wünsche atemberaubende Hochzeits- und Geburtstagstorten kreieren dürfen. Egal ob zum Frühstück oder bei einer herzhaften Jause, Qualitätsgebäck von Necker darf in keinem Brotkörperl fehlen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ja, wir freuen uns auf Ihren Besuch, wenn Sie in keinem Brotkörperl fehlen, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wii- und gleiche Zin Kompize. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.